Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir den die besten Stative im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Stative im Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die König Treibholt 19 Dreibeinstativ. Das König Treibholt 19 ist ein leichtes Dreibeinstativ mit einer stabilen Aluminiumkonstruktion. Es verfügt über drei Beine, die mit Hilfe des Twistlock-Systems einfach und schnell ausgezogen werden können. Das Stativ hat eine Tragfähigkeit von 1,5 Kilogramm und wird mit einer Tragetasche geliefert, in der es sich bei Nichtgebrauch leicht verstauen und transportieren lässt. Das König Treibholt 19 ist ein idealer Begleiter für alle, die gerne auf neueste Technik setzen und ihre Bilder mit der bestmöglichen Qualität aufgenommen haben wollen, sei es nun beim Autofotografieren. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Slick SLC-XSB-EQ KWK 2 Sprint. Dieses Slick-Stativ ist aufgrund seiner geringen Größe und seines geringen Gewichts speziell für Reisen konzipiert. Alle Komponenten sind aus Metall, für Stabilität auf jeder Oberfläche. Die maximale Höhe beträgt 1.622 mm und das Gesamtgewicht 1.100 g. Im Lieferumfang enthalten sind das Slick-Stativ Sprint Pro 3 WBK 2 Schwarz, der Kopf SH-704E, eine Tasche und eine Bedienungsanleitung. Das Slick Sprint Pro 3 WBK 2 ist ein kleines, leichtes und handliches Stativ. Es bietet viel Komfort, sei es für die Aufnahme von Bildern oder Videoaufnahmen mit der Kamera. Auf Platz 3, haben wir die Mantonga DSLM Travel Reisestativ. Mantonga DSLM Reisestativ 143 cm mit Kugelkopf und Schnellwechselplatte. Ideal für Systemkameras und kleinere DSLR Kameras. Kugelkopf mit Panorama Scala und zwei Wasserwagen, kompaktes Packmaß und geringes Gewicht. Kann auch als Einbeinstativ verwendet werden, Stativbeine Beine mit Gummifüßen und Spikes. Maximale Belastbarkeit ca. 5 kg inklusive Taschen nicht im Lieferumfang enthalten. Gesamtlänge 143 cm. Nennbelastbarkeit ca. 3 kg bei einer Belastung von 2,3 des Dragkraftspiegels. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Manfrotum G-Kompakt-Taken. Das Manfrotum G-Kompakt-Taken WK-Stativ ist eine gute Wahl für alle, die eine einfach zu bedienende Einstiegsoption für Videoaufnahmen mit Ihrer DSLR oder Systemkamera suchen. Mit seinen 5-Bein-Segmenten und dem Joystick-Kopf lässt sich dieses Stativ schnell und einfach aufstellen, selbst in engen Räumen. Und mit einem Gewicht von nur 2 kg und einer geschlossenen Länge von nur 45,3 cm lässt es sich leicht überall hin mitnehmen. In dieser Kategorie finden Sie viele weitere Modelle, die ähnliche Eigenschaften haben. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Welbon Videomate 638F. Das Videostativ Welbon Videomate 638F ist perfekt für alle, die ein klassisches Stativ mit Panoramakopf suchen. Mit einer maximalen Arbeitshöhe von 171 cm und einer zusammengeklappten Länge von nur 67 cm lässt sich dieses Stativ leicht überall hin mitnehmen. Der lange Steuerarm des Panoramakopfes sorgt für reibungslose, sequenzielle Bewegungen beim Filmen. Außerdem sorgt die Schnellverstellung der Schienenschubführung für ausgezeichnete Stabilität bei jeder Aufnahme. Eine griffige Schnellwechselplatte ist in diesem Artikel enthalten. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.